Hi ihr Lieben, schönen guten Abend. Herzlich Willkommen zu unserem heutigen Stream. Wir schauen uns Eye of the Temple an. Das Spiel ist heute erschienen, ist gerade noch als Willkommensangebot zu haben für 15 Euro irgendwas. Ansonsten kostet es ein bisschen über 16 Euro. Vor ungefähr einem Jahr oder so hatten wir mal so eine kleine Testversion von dem Spiel bekommen und auch gespielt. Und jetzt bin ich mal ganz gespannt, was so alles neu ist, ob der Anfang erstmal so ist wie damals, keine Ahnung. Wir schauen einfach mal. Ich habe hier eine Fackel und eine Peitsche. So und ich stehe hier irgendwo auf so einem Turm. Ich muss ein bisschen aufpassen. Man muss sich sehr viel bewegen in dem Spiel, dass ich nicht irgendwo hier gegenrenne. Also muss Stocki ein bisschen auf mich aufpassen. Wir haben zwar hier extra unseren Guardian eingestellt. Das heißt, wenn ich mich zu weit aus dem Bereich bewege, dann sehe ich hier so eine kleine Wand. Und ich glaube, Stocki hat es so eingestellt, dass ich dann schon ziemlich dicht an unserer Wand bin. Also ja, mal schauen. Ich bin auf jeden Fall jetzt gespannt auf das Spiel. Hi Spider, Hi Litty ist, glaube ich, auch da. So und hier steht neues Spiel. Ich muss immer ein bisschen aufpassen hier mit dem Kabel. Muss ich jetzt hier wahrscheinlich diese Fackel anzünden und dann geht es los. So, bevor wir beginnen, beachte bitte die folgenden Sicherheitshinweise. Wie mache ich das jetzt? Wenn sich ein Block in Bewegung setzt, fühlst du dich vielleicht so, als würdest du fast das Gleichgewicht verlieren. Stehe fest auf deinen Füßen. Lehne dich nicht an Wände im Spiel an, um dich abzustürzen. Ja, aber das ist schwierig. Es besteht ein kleines Risiko, tatsächlich das Gleichgewicht zu verlieren und umzufallen. Spiele auf eigene Gefahr. Deine Peitsche rollt sich automatisch an Stellen aus, an denen du sie brauchen könntest. An diesen Stellen wirst du dich in der Nähe der Mitte deines Spielfeldes befinden, damit du genügend Platz hast, um die Peitsche zu benutzen. Hoffentlich stimmt das auch so. Das Spiel hat häufige Checkpoints, die deinen Fortschritt speichern. Mache Pausen. Du kannst jederzeit aufhören und spielen und später weitermachen. Ja. Au, der Vogel fliegt los. Uh. Es wird dunkel. Ich soll mich so rumstellen. Ah, siehste, ich trete immer aufs Kabel. Okay. So, das ist jetzt... Meine Fackel ist aus. Das kennen wir schon aus dieser Demo-Version. Ich hab echt Angst, dass ich hier gegen die Wand laufe. Aber ich stell mich jetzt hier hin. Es geht schon los. Ich brauch mal hier jemanden, der mir das Kabel hält. Hallo, hier ist Ocni. Hallo, Ocni. Boah, hier ist schon der Teppich, oder? Also... So, man kann hier dann so ein Steinchen einsammeln. Ich weiß gerade gar nicht mal, wofür die gut waren. In der Demo für gar nichts. Jetzt seh ich hier so ein paar... Die Dinger gehen nicht. Die Dinger gehen nicht? Aber hier ist schon die Wand zu Ende, Schatz. Wie soll ich denn da raufkommen? Wo ist... Oh Gott. Schnell. Oh, ich hab Angst. Ah, okay. Irgendwie ist das Kabel ganz schön kurz. Da ist ein Hebel. Da ist ein Hebel. Boah. Muss ich was drücken? Hä? Geht das nicht? Mach ich was falsch? Ich kann mich an... Guck mal, das ist doch fast, als würde sich das da so ein bisschen festhalten. Aber... Keine Ahnung, geht nicht. Ach ja. Wie musste ich denn da laufen mit der Rolle? Wie war denn das? Hä? Jetzt ist das Bild weg. Jetzt wieder da. Ah, es ist komisch. Ja, ich glaub... Ähm... Wo muss ich denn hin? Sollen wir mal da rüber? Ich hab ein bisschen Angst, ne? Hier ist schon wieder die Wand. Ohohoho. Okni VR schreibt, Nessie peitscht uns aus. Ja. Genau. Okay. Ist das da aufgegangen? Hallo. Hallo Game Hits. Oh, guck mal. Äh? Wo krieg ich eigentlich mein Feuer her? Wo soll ich denn da fackeln? Da ist wieder ein Hebel. Wie komm ich denn da an den Hebel ran? Wie geht das? Wie geht das? Ah. Okay. So. Das hat schon mal geklappt. Darüber gehen macht eigentlich keinen Sinn, ne? Weil ich noch kein Feuer hab. Hm, 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 hm. Wahrscheinlich muss ich... Guck mal. Guck mal, war nicht klar, wo ich schläge, wenn ich... Ach, guck mal, ich hab hier noch ne Karte. Ah, ne, die hab ich... Hä? Die hab ich jetzt grad bekommen? Und was mach ich damit? Also da kann ich anscheinend irgendwas einsetzen? Oder so? Keine... Keine Ahnung. Was mach ich hier? Oh Gott, hab ich grad erschrocken. Ich fahr wieder rückwärts. Shit. Ach, ne, das ist blöd hier. Wo steh ich denn jetzt hier im Raum? Das wär mit der Quest jetzt einfacher hier ohne Kabel. Ich hab ein bisschen Schiss, dass ich falle. Was mach ich denn jetzt hier eigentlich? Wahrscheinlich kann ich da eh noch gar nicht fahren, oder? Boah. Was ist hier? Was geht hier ab? Nix. Oh, ich will damit fahren. Hier fehlt irgendwie ein Hebel. WC schreibt, nettes Spiel-Opni-VR schreibt Nessie-Peitsch-Mich-Aus. Hallo? Stocki-VR schreibt, circa 2,5 mal 2,5 Meter mindestens. Oh. Aber das Kabel, also ich kann euch sagen, das Kabel nervt. Ach, scheiße, Mann. Das müsste jetzt an der Decke hängen, das wär besser. Oh, ich bin so krass an der Linie hier. Ah. Ich hab ein bisschen Angst. Okay. Von da bin ich gekommen. Ich muss jetzt hier rüber. Hier ist ein Hebel. Oh Gott, es geht hoch. Hilfe! Okay. Ich dürfte keine Höhenangst haben hier. Ich hoffe, ich hab nichts vergessen. Oh nein, ich hab mich eingedreht. Ah. Oh Gott. Hier ist der Gryll-Screen zu Ende. Hilfe. Hilfe. Da fahr ich in den Fernseher rein. Na klar. Ich glaube, die WI-A schreibt, also ist schon echt grenzwertig hier mit dem Platz. Neuer Bereich. Portalprüfungen. Kam hier nicht so Vögel oder so? Ich glaube, die WI-A schreibt, ein Schritt zu viel und man kracht in die Wand. Ich steh auf dem Kabel. Jetzt geht's schon wieder nach oben. Oh, siehst du? Hier. Gruselkäfer. Oh nein, der greift an. Das ist ja genauso eklig wie Spinnen. Die sehen eklisch aus. Mann, lass mich in Ruhe. Geh weg. Hier. Ih. Geh. Mann, was wollt ihr denn von mir? Geh weg. Oh, war der dicht. Mann, was muss ich denn machen? Seid ihr jetzt mal fertig hier langsam? Kusch, geh weg. Ich mag die nicht. So. Was ist los? Für die Quest wäre es echt perfekt. So, ich geh mal hier lang. Schreibt, hey, na klaro, Firewall-Profi, warte mal ab. Hepp. Hepp. Wo muss ich denn hin? Was gibt's denn hier? Gibt's hier überhaupt irgendwas? Ach, du Schande. Oh. TVR schreibt, solange Nessie nicht versucht, über irgendwas zu springen. Ich versuche nicht zu springen. Was ist das hier? Ich muss nicht mehr... Okay. Oh, oh. Und nun? Jetzt fahr ich da hin. Oh, was denn jetzt? Ah, verstehe. Okay. Und wie komme ich jetzt hier runter? Oh, ist das krass. Das ist voll cool. Auch wenn man ein bisschen komisches Gefühl hat. Also wenn ich wüsste, ich hab jetzt hier unendlich Platz... ...wär das besser. Hier ist irgendwas. Ach, verdammt. Ich hätte da rüber gemusst. Oh. Yes! Sesam, öffne dich! Habe ich eigentlich diesen Hut auf dem Kopf? Oh, hat Stocki ausgeschaltet. Mann, ich kann hier nicht laufen. Wo stehe ich denn hier drauf? Ich kann gerade nicht. Ja, ich muss hier rückwärts laufen. Oh nein. Ich stehe gerade richtig falsch rum, wegen dem blöden Kabel. Stocki lacht nicht aus. Da kracht doch jetzt was runter. Oh, ich habe Angst. Äh, was mache ich denn bei denen, wo... Oh Gott. Oh nein. Shit. Ich habe mich nicht so schnell getraut. Ausgenockt. Wo denn? Weiß ich nicht. Ja. Windows-Taste, die da leben. Und dann? Bin ich hier im Dings-Spiel. Steam-Dings. Optionen. Hä? Weiß ich nicht. Mein Gott. Da steht Audio, VR-Komfort, Barrierefreiheit und Live-Mixed-Reality. Ja, und da steht dann nur, Welt drehen, Charakter-Lightning-Effekt, Charakter-Light-Expo-Ex... Bla, bla, bla. Gibt keinen Hut. Wie mache ich denn das jetzt hier? Uah! Nein! Die haben gesagt, ich soll nicht springen. Uah! Neuer Bereich, das Atrium. Cool. Ähm... Ja. Wie weit kann ich noch weiter vor? Uah! Zurück. Keinen Plan. Ach, jetzt geht's, oder was? Zurück. Und vor. Au! Da ist was. Ich sag au und stöcke lacht. Ist schön, oder? Da geht's raus. Muss ich da hin? Oder brauche ich da erst was für? Sag mal, äh... Ist das richtig, dass meine Fackel immer noch aus ist eigentlich? Ja. Okay. Hast du ja gesagt, ja. Du willst die Bahn gehen? Ja, Mann, die Bahn, ne? Ich will auch damit fahren. Ne, in der Demo konntest du das nicht? Ich hab... Mir fehlt bestimmt hier noch irgendwas, um hier was machen zu können. Da ist sie! Da will ich hin. Kriechstein-Mine. Aber was mach ich da? Ne, da, auf dem Ding da. So, jetzt stehe ich hier und nu? Was bringt mir das? Deine Preise hat sich jetzt auch gewonnen. Aber was soll ich hier machen? Habe ich hier Platz? Ich peitsche euch aus, Zuschauer! Yay! Hahahaha! Ocni! So, was mach ich denn jetzt hier? Das ist doch... Das ist doch nicht richtig. Ich geh zurück. Da kann man runterfahren. Ich will jetzt mit dem Ding fahren. Mit der Lore. Hä? Aber ich glaub, ich komm da noch nicht hin, oder? Was mach ich denn hier? Was? Was? Oh, krass. Kerbel. Und hepp! Oh! Nee! Hä? Hier krieg ich hier... Hier kann ich doch gar nichts machen! Was soll ich denn hier? Ocni VR schreibt... Hier, guck mal, hier ist doch nicht... Oh, shit! Also, ich kann da irgendwie noch nichts machen. Oder? Von einer Rolle gefallen. Ich glaub, ich kann hier nichts machen. Habe ich recht? Habe ich recht? Wahrscheinlich. Also, wieder zurück. Ja, ja, ich hab mir schon. Hallo, wird es Chipsy Hamster? Der Blickwinkel ist komisch, warum? Oh, Kabel. Ich muss hier rüber. Das Ding fällt doch runter, oder? Ja, ich habe es gewusst. Also ich vermute mal, ich muss da rüber, oder? Weil hier, da kann ich glaube ich noch nichts machen draußen. Oder? Was meint ihr? Da ist ein Hebel. Obwohl, obwohl, da ist, da sind ja Jürgen. Da liegt irgendwas drinnen. Ein Steinchen. Monumentplatz. Monumentplatz. So. Was können wir denn hier machen? Nichts. Kann ich da rauf? Was ist, ach, da sitzt, äh, ich dachte, da wäre eine Kugel drin, da sitzt der Vogel. Ich glaube, der hat einen Vogel. So. Da ist ein Hebel. Irgendwas muss ich doch... Ich verstehe es nicht. Gypsy Hamster schreibt. Wow, danke, Stocki. Da muss ich auf jeden Fall hin, oder? Nee. Ah, krass, hat geklappt. Okay. 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 Wir müssen die anderen alle umlegen hier. Also... Stocki VR schreibt. Nicht dafür, Gypsy. Stocki flirtert mit dem Hamster, oder was? Wollen wir jetzt willen? Nein, Kabel! Nein, Kabel! Oakney VR schreibt. Wenn man die Kamera-Prospektive manuell in dem Fall Stocki steuern könnte, wäre schon nice. Oh Gott. So. Ah, da fehlt noch eine. Okay. Ich dachte, ich hätte schon alle. Badis VR-Lounge schreibt. Sieben. Hi, Buddy. Oakney VR schreibt. Ah, jetzt sehe ich es. Stocki VR schreibt. Ja, nur ich kann die Kamera, die Nessie filmt, denn ich drehen, Oakney. So. Stocki VR schreibt. Hi, Buddy. Noch mehr Hebel. Ach nee, das sind die Hebel, die ich umgelegt habe. Feuer. Da ist Feuer. Oakney VR schreibt. Das habe ich überall Feuer angemacht. Buddy. Anscheinend. So. Und... Jetzt kann ich mir wahrscheinlich da unten auch Feuer abholen, oder? 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 Ja, ich habe Feuer gemacht. Was denn jetzt? Was? Es ist lange, wenn jeder diese Schreibe hat. Aber du hast meine Behandlung gehört. Deep within this Tempel, die Schmerzen wird. Zusammen, wir müssen es Ende. So, muss ich eigentlich immer dem Vogel hinterher? Aber da gibt es noch viel mehr Sachen zum Anzünden. Ach, da ist auch noch was. Ja doch. Hä? Schwupps. Oh nein! Warum ist meine Fackel aus? Hättet ihr mir das nicht mal sagen können, bevor ich hier rüberlaufe? Die Fackel ist aus. Ja, danke Stocki. Sehr nett, von Gia. Shit, ihr habt eine Aufgabe. Auf meine Fackel achten. Sonst werdet ihr ausgepeitscht. Genau. Oh, jetzt leuchtet... Hä? Ich steh da gar nicht drauf. Was soll denn das? Aber ist es denn jetzt richtig, dass ich schon wieder hier bin? Oder hätte ich da... Auf jeden Fall ist da wieder so ein Tor und da sind die zwei Dinger da. Stocki, wo würdest du... Oder wo, Shad, wo würdet ihr jetzt lang gehen? Wo ist denn jetzt der Vogel hin? Ach, da hinten. Ich geh mal zum Vogel. Ich geh mal zum Vogel. Der Vogel kennt den Weg. Oh Gott. Warum fährt denn der dann nach oben? Was ist denn da? Meine Fackel ist aus. Schreibt. Vielleicht kommt man später noch dahin. Aua. Äh... Da ist noch zu. Ich hab ein Problem. Meine Fackel. Schon wieder. Ihr habt nicht aufgepasst. Aber... Hä? Bin ich hier nicht schon mal lang? Ich hab keine Ahnung. Ich bin durcheinander. Ja, ja, ja. Ich hab keine Ahnung. Gypsy Hamster. Schreibt. Deine Fackel ist aus. Ja, danke. Okvr. Schreibt. Fackel aus. Oh yeah. Östlicher Ausguck. Okvr. Schreibt. Chat kommt leider verspätet. Puh. Spider ALC. Schreibt. Fackel aus. Östlicher Ausguck. Fass wäre ich abgeschmiert. Ah, nur fast. Fass wäre ich abgeschmiert. Tja. 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 Irgendwie hab ich mich ganz schön eingedreht. Kann das sein? Tja. Tja. Was? Schreibt. Tja. Tja. Hach. Hach. Tja. Tja. Schnelle. Ah, Mann. Ganz schön hoch, hoch, hoch. Badis VR-Lounge schreibt D. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Ist so gut, was passiert? Jetzt ist es zu. Aber ich kann hier lang, oder was? Habe ich es jetzt richtig gemacht? Hä, ich komme noch hier gar nicht... Himmel. Ja, klasse. Wie soll ich denn... Ähm... Wie soll ich denn jetzt da rankommen? Ich muss auf die andere Seite. Ah. Oha. Gottes Willen. Hä? Komme ich da überhaupt hin? Eiertoaster war, schreibt. Na Abend. Hi, Eiertoaster. Ähm, wie soll ich denn jetzt da hinkommen? Kann man das mal wieder sagen? Eiertoaster war, schreibt. Indiana Jones. Da ist offen. Da ist zu. Das kann doch nicht... Wenn ich jetzt hier zu mache, sah, dann komme ich da lang, aber das ist ja falsch gedreht. Ich muss wahrscheinlich das noch ein paar mal drehen, damit der Griff hier vorne ist. Schreibt. Da die Evonies ausgeschaltet sind, schreibe ich mein lachendes Gesicht. Spider A.L.C. Schreibt. Und schreibt. Und schreibt. Und schreibt. Wer schreibt. Und schreibt. Und schreibt. Und schreibt. Shit. Hi, Toaster. Oh nein. Woo! 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 Ich weiß noch nicht so ganz, was ich hier mache, wa? Schwupps. Hm. So, jetzt drehen wir uns. Macht das gerade Sinn? Ja, das macht Sinn. Eier Toaster war. Ach. Schreibt. Oh, Knie. Mann, komm schon. Spider A.L.C. Schreibt. Stocki, hast dir Batman VR gekauft für vier? Ja, Stocki, erzähl mal. Hast du wieder unser Geld ausgegeben? Noch nicht, sagt er. Stocki VR. Schreibt. Noch nicht, Spider. So, wenn ich das jetzt so rummache, dann kann ich jetzt den Hebel von hier benutzen. Nein! Oh, 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 oh. Den Hebel benutzen und kann dann Nein! Eiertoster war, schreibt. Ich könnte mich rollen wegen der Stimme. Dann komme ich jetzt da rüber. Ha! So weit, so gut. Ich habe Angst. Das sieht bestimmt voll bescheuert aus. Okay. Oh. Schnell zurück. Das ist echt komisch, Leute, wenn das sich so bewegt. Stocki VR schreibt. Sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Warum lacht ihr? Ich will jetzt mit der Lore fahren. Oh, Knie VR schreibt. Hoffentlich verwechselt Nessie nicht irgendwann die Peitsche mit dem Kabel vor Angst schreien, dass Miley vor Angst schreien, dass Miley sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Ei, ei, ei. Hier sollte ich jetzt nicht... runter. Fallen! Oh Gott. Das ist schon krass. So ein bisschen. Und wo muss ich jetzt hin? Oh Gott. Das Kabel behindert mich. Was passiert hier? Oh Scheibenkleister. Ich habe bestimmt verkackt. Ich hätte gleich... Komm, 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 komm. Mami! Ich glaube, ich werde zerquetscht. Ich werde zerquetscht. Okay, Zeichen. Helle Hautfarbe. Ich wurde zerquetscht. Von der Decke zerquetscht. Ja. Das war's. Mann, hier, das ist blöd. Ihr Peitsche wie ihr kollegisches Gesicht mit Monocle. Ach, Schipsi-Hamster schreibt, kann man das Kabel nicht an der Decke befestigen. Schipsi-Hamster finde ich cool. Ja, das wäre super, wenn das an der Decke wäre, aber das können wir jetzt nicht machen. So, Achtung. Und hopp. Stocki hat schon Angst, dass ich springe. Mama! Jetzt muss ich hier schnell rüber. Den muss ich auch kriegen. Ab, beweg dich! Ich habe ein bisschen Angst hier. Schnell! Los! Schnell! Die Decke kommt! Puh! Ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel anstrengend ist. Aber es ist anstrengend. Und wieder hier rauf. Meine Fackel ist aus. Wo muss ich hin? Ach. Oh Gott. Jetzt wäre ich fast umgekippt. Und hepp. Und hepp. Und hepp. Und hepp. Okay, mehrere Möglichkeiten. Wahrscheinlich erst mal da rüber, oder? Da unten ist ein Hebel. Okay, hier komme ich gar nicht weiter. Oder kann ich... Nee. Puh. Oakley VR schreibt, genau Gypsy Stocky hat doch noch bestimmt eine Rolle Gaffatep. Was, Gaffatep? Was machst du, Schatz? Du läufst doch hier rum. Ah, da geht's auch lang. Verdammt. Aber... Hä? Wo muss ich denn hin? Bin ich nicht von hier gekommen? Ich bin gerade durcheinander. Ich bin gerade durcheinander. Spider-Alc schreibt, könnte man machen, aber wollen da nicht im Wohnzimmer was für an die Decke machen, ist ja nur bei so einem Spiel ein Problem. Spider-Alc schreibt, die Grafik stimmt nicht mehr. Die Grafik stimmt nicht mehr? Was meinst du? Was meinst du? Ja. 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 Da war Kabel. Ja. 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 Stocki VR schreibt, ist manchmal, wenn die virtuelle Kamera in der Wand steckt. Wo komme ich denn hin, wenn ich hier fertig bin? Schaffe ich das? Nein, schaffe ich nicht. Oh Gott. Aber was hat sich denn jetzt eigentlich, was hat mir das denn jetzt gebracht hier? So, jetzt komme ich wieder da rüber. Und dann? Da drüben ist auf jeden Fall so ein Feuerding. Stocki VR schreibt, also meine Stimme klingt sehr einschläfernd. Woher weiß der Boot das LOL? Komme ich da an die Fackel ran? Boah, was ist hier? Nein, ich bin runtergeplumpst. Die Fackel hat mich abgelenkt. Aber, 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 ich brauche doch das Feuer. Also, das mit dem Kabel ist Mist. Ich sage euch nur, wie es ist. Ich habe Stocki gehört. Was mache ich denn jetzt? Wie schaffe ich das, dass ich da nicht runterfalle? Oh, da habe ich jetzt die Fackel jetzt immer noch nicht an. Oh, verdammt. Oh, da wird einfach... Oh Gott. Da wird einem voll schwindelig. Geh doch mal jetzt an. Oh Gott. Das war fies. Das war nicht nett. Puh. Oakney VR schreibt, hat ein bisschen was von XletX Light. Nee, bei weitem nicht. Schreibt, VR-YouTuber haben mehr Zuschauer verdient. Ich finde das klasse. So, wo ist denn mein Vögelchen? Wo muss ich denn jetzt hin? Wir haben jetzt hier die Fackel angemacht. Stocki VR. Oder auch nicht. Schreibt, danke Chipsy. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Wieder zurück? Vielleicht? Einfach so? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Jetzt bin ich aber immer noch nicht oben. Komm, wo ist denn da hoch? Wo ist denn da hoch? Hallo? Das ist doch nicht richtig, oder? Wie? Ich bin doch irgendwie von... Von wo bin ich denn gekommen? Ich habe keinen Plan. Hier kommt gar nichts. Shit. Ich bin gefangen. Was mache ich denn jetzt? Habe ich irgendwas vergessen? Ach, verdammt. Irgendwas habe ich vergessen. Ich muss wieder runter. War ich schon an dem Hebel da hinten? Nee, ne? Mann, ich will jetzt nicht nochmal gelangen. Scheibenkleister. Oh, hier war ich noch nicht. Oh Gott. Nein. Oh, verdammt. Ich habe mich doch gar nicht bewegt. Oh, Mist. Ausgenockt. Ich glaube es ja. Stimmt doch gar nicht. Ah, nee. Hier ist es falsch. Ich habe ihn gemacht. Was passiert hier? Ach, verdammt. Also hier, wann ich stehe, war ich definitiv noch nicht. Oder war ich hier doch schon? Hä? War ich hier schon oder nicht? Aber wie soll ich das schaffen mit dem... Okay. Los. Ach, verdammt. Kabel. Schnell, 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 schnell. Wer lacht mich hier aus? Hä, wie soll denn das gehen? Ich bin doch schon los, als ich konnte. Ich hab doch gar keinen Einfluss, wie schnell... Playstation. Ja, wie soll ich das denn machen? Hm. Ich komm immer nur bis zur letzten Rolle. Mist. Habt ihr ne Idee? Hechtsprung. Hechtsprung. Du hast gesagt, ich darf nicht springen. Oder muss ich krabbeln? Schnell. Guck mal, das geht doch gar nicht. Und dann fällt die Decke runter und die Rolle ist auf der anderen Seite. Puh. Also? Ja, wie soll ich das machen? In welch... Wie... Wie rum? Hinten? Was? Mann, jetzt stand da eben, was ich machen soll. Spider-ALC schreibt. Lass lieber mal stockieren. Ach guck mal, da ist ein... Da ist ein Loch an der Decke. Da muss ich warten. Aha. Alles klar. Go. Shit, Kabel. Oh. Oh. Stocki, wie er... Schreibt. Lach in a smile. Schnell, 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 schnell! Komm schon! Komm schnell. Boah. Oh Gott, das war wein. Ich wäre fast umgefallen, Schatz. Meinst du mich oder was? Da ist ein Hebel, schnell, komm schon, ich schaff es nicht, Bruder, komm schnell, schnell. Oh, hab ich es geschafft? Oh Gott, seht ihr das? Oh, jetzt ist aber dunkel hier ohne Fackel. Da ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Hallo! Er spinnt ja wohl. Stocki VR schreibt, Spider ist eine... Bussi! Ich oder was? Oh Gott, ich erschrecke mich immer, wenn ich hier an den Greenscreen komme. Puh, mir ist warm. So, und jetzt? Bin ich hier überhaupt richtig? Jetzt muss ich wieder nach oben, ne? Spider ALC schreibt... Schweinegesicht, 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 Feinegesicht, Schweinegesicht... Oh, verdammt. Ich komme hier noch nicht weiter. Was kommt noch? Verdammt. Ich komme da noch gar nicht rüber. Was lachst du so? Oh, nein. Kriege ich das gedreht? Ich wünsche euch allen noch viel Spaß, muss leider los. Vulkanischer Gruß. Ciao, Buddy. Da ist doch gar nichts. Doch, da unten. Oder? Mit heller Hautfarbe. Wie komme ich denn jetzt rüber? Ja. Wie komme ich da hin? Das ist doch jetzt blöde. Muss ich jetzt... Budys VR Lounge schreibt... Vulkanischer Gruß 07. Budys VR Lounge schreibt... O7. Spider ALC schreibt... Daumen hoch, helle Hautfarbe, Daumen hoch, dunkle Hautfarbe, Daumen hoch, mitteldunkle Hautfarbe, Daumen hoch, mittlere Hautfarbe, Daumen hoch, mittelhelle Hautfarbe, Daumen hoch, helle Hautfarbe, Daumen hoch. Stocki V.A. schreibt vulkanischer groß dunkle Hautfarbe. Eiertoaster V.A. schreibt vulkanischer groß helle Hautfarbe außerirdischer. Eiertoaster V.A. schreibt spider lach in der smiley mit kaltem schweiß uff ihres gesicht wieso kommt hier jetzt nichts warum fährt das ding nicht Manu Wie blöd ist das denn? Was lachst du? Hm? War ich hier vorhin schon? Eiertoaster V.A. schreibt Zombie Mann dunkle Hautfarbe Rakete Frau helle Hautfarbe Rakete Mann dunkle Hautfarbe Reißsehre Frau mittelhelle Hautfarbe Ach du Schande. Okay. Aber trotzdem komme ich nicht dahin wo ich dachte dass ich hinkomme. Ich bin eingerollt. Ich bin eingerollt. Ich bin eingerollt. Muss ich jetzt komplett nochmal außen rum? Oder wie oder was? Hä, ich muss jetzt erst mal gucken, dass ich da oben rüberkomme. Aber ich weiß grad nicht wie. Oh, hier war ich noch nicht. Spider ALC schreibt, hat das Spiel auch mal ein Ende oder Ziel? Ja, mit Sicherheit hat es ein Ende. Oh, schで sleep ich dich. Oh. Oh. Ja, Ja, ja. Oh, ja. Das war's. Oh nein. Mann. Das müsste besser funktionieren hier. Das ist blöde. Das ist hoch. Ach nee. Ach nee. Oh nein. Warum ist der nicht hochgegangen? Ach, Mann. Oh nein. Oh nein. Shit. Mann. Nein. Geh doch hoch, Mann. Ich habe doch keine Zeit. Na, hör mal. Das kann doch nicht wahr sein. Chefschweißer VR-Quest schreibt, sag Haichi Bumpaichi leicht lächelndes Gesicht. Haichi Bumpaichi? Muss ich auch erst nochmal zurück, oder was? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ich muss da rüber. Mach hinne. Puh. Man sieht mich wieder. Das ist ja Wahnsinn. Ich kriege langsam Hunger. Koch mal, Schatz. Chefschweißer VR-Quest schreibt A. Oh, ist das Kabel? Oh, ist das dunkel hier. Stocki VR schreibt, lach in der Smiley mit kaltem Schweiß geschafft. Lach Smiley mit, was? Mit kaltem Schweiß? Stocki VR schreibt, jetzt geht's wieder. Jetzt bin ich tatsächlich hier. Ey, ist das ein Umweg. Oh nein. Nicht bewegen. Bin ich richtig? Stocki VR schreibt, diese Technik immer leicht lächelndes Gesicht. Ich dachte, hier ist der Green Screen, ne? Zu Ende. Wo war ich denn eben? Ich habe den doch voll gespült. Wenn wir jetzt wählen. So. Jetzt ist alles gerade. Jetzt können wir da rüber. Das war ein ganz schöner Umweg, den ich hier machen musste. Ich bin schon wieder verdreht hier. So, jetzt ganz nach oben, richtig? Okay. Ich wollte eigentlich Tortellini machen und Käses, Schinken, Sahnesoße. Ach, Quatsch, ich bin falsch gelaufen. Ach, Quatsch, ich bin falsch gelaufen. Mann. Oh, hier ist ein Kabel. Wo bin ich denn hier? Mensch. Ja, Mensch. Stocki VR schreibt. Könnt nur was bestellen, lachen da Smiley mit kaltem Schweiß. Stocki VR schreibt Hi Anton Oakley VR schreibt Hi Anton Daumen hoch Anton Meier schreibt Huhu Yes Es geht noch höher Jetzt bin ich richtig Ups Ha Jawolla Könnte mich auch Tomb Raider nennen Aber es ist schon geil hier oben zu stehen Das ist schon krass Ich glaube Stocki hätte Höhenangst Doch Quatsch sagt er Ich glaube schon Oakley VR schreibt Stocki das meinte ich mit kochen gehen Irres Gesicht Nein Kabe Was denn das Ding Jetzt wird es schon wieder dunkel hier Der Kessel Ja Wollen wir hier Feierabend machen oder Oder wie oder was Das weiß ich doch nicht Jetzt gibt es wahrscheinlich wieder hier ganz viele Wege Ich denke mal die Lore wird erst am Ende Okay wir machen noch 10 Minuten und dann geht die alle rüber zum Body Oh Lava Der Boden ist lava Kennt ihr das? Kennt ihr das? Haha Das geht auf den Nacken Das Untergucken Okay Das ist aber nicht nett Oakley VR schreibt Wie viel Spielzeit hat die Vollversion eigentlich schulterzuckende Person mit der helle Hautfarbe? Das ist eine gute Frage Vielleicht weiß Stocki die Antwort Wie viel lange Spieldauer ist von dem Spiel Weiß er nicht Ganz schön heiß hier Stocki VR Schreibt Keine Ahnung hat der Entwickler nicht geschrieben Wenn ich da an dem Hebel ziehe kommt doch da bestimmt Feuer raus Oder? Was macht denn jetzt Sinn? Das ist bestimmt falsch Ich habe gerade nicht darauf geachtet wie das andere aussah Kann man das umdrehen? Nee Was bringt einem das denn, dass der Feuer rauskommt? Oder geht da doch die Tür auf? Nee, wenn ich das Feuer da anzünde, oder? Oakley VR schreibt Ah okay Sieht aber nach mehr Menge Spaß aus Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja Jawohl Jawohl Jetzt kann der nämlich dann da Feuer anmachen Also auch so ein bisschen, naja Rätsel ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ein bisschen nachdenken Ist schon ganz cool gemacht Was ist das? Was ist das? Oh Oakley VR schreibt Die Peitsche ist so gut animiert, nur deswegen würde ich es kaufen sich an den Kopf fassende Person helle Hautfarbe Aha. Die Frage ist ja jetzt, ob sich das immer da dreht oder ob da auch mal Feuer rauskommt. Ogni steht auf Peitsche, sagt Stocken. Aha. Aber jetzt muss ich ja in die Richtung. Kommt der da überhaupt hin mit dem Feuer? Da muss er ja. Ich fühle mich hier irgendwie eingewickelt. Stimmt das? Das kommt doch gar nicht hier ran, das Feuer. Chef Schweißer VR Quest schreibt. Ja, so kann sie in die Kamera die Zuschauer auspeitschen. Mann! Ha! Dü-dü-dü-dü! Okni VR schreibt. Jupp hat die schon irres Gesicht, irres Gesicht. Chef Schweißer VR Quest schreibt. Sieht echt cool aus. Midlife Gamest VR schreibt. Hi, this looks very cool. Hi, Midlife Games. Ich bin hier wieder verzuddelt hier. Wie komme ich denn da ran? Kriege ich denn da das Feuer an? Stocki VR schreibt. Oh, Knie Gesicht mit Cowboy hat. Stocki VR schreibt. Ich gehe erstmal hier lang. Okni VR schreibt. Hello, Midlife 2 erhobene Handflächen, 2 erhobene Handflächen. Midlife Gamest VR schreibt. I am well, thank you. Oh, krass, guck mal da hinten. Das sieht schon krass aus. Oh nein, meine Fackel ist aus. Im Keller ist es, du, ist doch... Stocki VR schreibt. Greh Daumen hoch. Ich muss das doch da anmachen. Oh, komm ich schon mit. Oh, wie geil ist das denn? Hallo, hallo. Chefschweißer VR Quest schreibt. Oh, jetzt muss ich wieder zurück. SHIS is sending in to Hell's Kitchen. Torilini is coming. Komm schnell! Midlife Gamest VR schreibt. Loll. Chefschweißer VR Quest schreibt. Schreibt doch alle fleißig den Daumen nach oben zu geben, bitte. Das vergesst ihr immer. Serandi schreibt. Bist ja nur Half-Life Alex durch in VR. Sowas braucht schon echt ne. Okni VR schreibt. Hey, Serandi, zwei erhobene Handflächen Panda. So, ich würd sagen, ich mach hier Feierabend. Stocki VR schreibt. Ja, aber... Sorry, Nessie, es Englisch ist not so gut grinsend, das Smiley. Ich brauch, ich muss... Stocki, ich brauch hier jemanden, der mir das Kabel hält. Oh nein! Oh verdammt, ich falle, ich falle. Mowie schreibt. Ich gebe dir gleich Daumen nach oben. Ich muss mich hier entzotteln. Okni VR schreibt. Ich mach's bei der Jop. Daumen, hoch. Daumen, hoch. Daumen 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 hoch. Das ist dunkel. Nein! SpiderAlC. Schreibt... Sleep well in your Bettgestell. Lach in a smiley. Midlif Midlife Game is VR. Schreibt. That is okay. I am just thinking this is the only time I am allowed to watch a lady with the wind. Sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch! Midlife Game is VR. Schreibt. Allowed. Mach mal meine Fackel an. Shit. Stocki VR. Schreibt. LOL Midlife. Chefschweißer VR Quest schreibt, nimm das Kabel in die Hand, Kabelpeitsche, lach in der Smiley mit kaltem Schweiß. Anton Mayer schreibt, gibst da keinen Paternoster, so wie bei Donkey Kong Affengesicht. Ja, wie soll ich denn da was anmachen? Wie kriege ich da die Fackeln an? Hm? Wie ich da drüben die Fackeln ankriege. Stock gesagt, in fünf Minuten ist Feierabend. Wie viele Daumen haben wir denn? Huch! Wie? Mama! Boah, was ist denn hier los? Sind die Fackeln? Nein, 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 nein! Ih! Geht weg! Hallo, 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 hallo! Wie viel Daumen? Ja! Zwei Daumen nach unten, was stimmt denn mit euch nicht? Was? Was? Ach, jetzt sind drei nach unten da. Also, mit Sicherheit hat Spider eine nach unten gemacht. Was wollen die denn alle hier von mir? Hallo, wer hat hier angegriffen von Killer-Friegen? Oh, ja, Scheiße. Gibt es eigentlich noch andere Games, die somit Homescale arbeiten? Mixeriality, unsere schulterzuckende Person, mittelhelle Hautfarbe. Nervenaufreibend hier. Stocki VR schreibt Hem ist mir jetzt nicht bekannt, Ochni. Spider ALC schreibt Euer teuster Zuschauer, gebt immer Daumen hoch. Hä, ich dachte, ich komme da jetzt rüber, komme ich ja gar nicht. Stocki VR schreibt Sauber Spider bist doch keine. Spider ALC schreibt Schweinerüssel lach in der Smiley. Was? Schweinerüssel? Schweinerüssel? Guck mal, der Schatten. Stocki VR schreibt Stocki VR schreibt Noch aus. Spider ALC schreibt sich an den Kopf fassende Person helle Hautfarbe. Licht kann sich als Wettbewerb gegen die dunkle. Mit Live Game ist VR. Mit Live Game ist VR schreibt Very cool. Oakley VR schreibt War aber ja nix Schlimmes dabei. Pussy! Hallo? Wieso Pussy? Boah, was ist das denn? Haben wir es jetzt durchgespielt? Hallo? Und jetzt? Muss ich mich auch so hinstellen wie der Vogel da? Hä? Lauf Schlampe, lauf! Ich komme jetzt wieder zurück. Jetzt stehe ich nicht mehr. Oakley VR schreibt Nächstes Mal mehr Mühe geben Spider ALC im Gesicht. Guck mal, der hat sich so... Ha! Oh nein, jetzt sieht Fackel aus. Jetzt habe ich ein Problem. Oh nö. Und nun? Jetzt sieht Fackel aus. Eben kam Musik, aber jetzt? Ich glaube, ich habe verkackt. Bitte. Stocki VR Töte mich nicht. Schreibt Schaffen wir noch die 20 Likes heute. Was mache ich jetzt? Ich habe mich getötet. Spide ARLC Schreibt Sind schon 20. Oakley VR Schreibt Bei mir 20. Stocki VR Cool, vielen Dank. Schreibt Bei mir steht 19. Ha! War das jetzt richtig? Was passiert hier? Hilfe! Das war auf jeden Fall schon mal gut. Eileti schreibt. Was ist das? Bei mir 20. Stocki VR schreibt. Na gut, dann glaub ich euch mal leicht lächelndes Gesicht. Hä? Wasser? Und nun? Stocki VR schreibt. Dann danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt brennt es uns. Stocki VR schreibt. Dann kann es hier in den wohlverdienten Feierabend gehen, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Das verstehe ich jetzt aber nicht. Eileti schreibt. Bitte. Hätte ich erst da rüber gemusst? So, jetzt ist es aus. Jetzt warte ich mal noch, bis das auch aus ist. Komm ich denn da rüber? Geh aus! Geh aus! Kann ich das eigentlich auch anfackeln? Ne. Komisch, komisch, komisch. Geh aus! Ja, äh, ich werde weiterspielen. So, aber ich weiß jetzt immer noch nicht genau, wie ich das da ankriege. Hallo? Hm? Tja. Tja. Muss ich das Feuer anzünden? Moment, ich probiere es nochmal. Ich gehe jetzt mal da rüber, weil hier an der Wand steht. Nicht zu tief, Rüdiger, nicht zu tief! Rüdiger, bitte! Nein! Rüdiger, bitte! Das war kein Meter, hast du das gesehen? Feuer? Stocki VR schreibt. Wow! Ich habe Hunger. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Oakley VR schreibt. Raus mit die Füße hoch! Irres Gesicht. Hä, das habe ich jetzt nicht verstanden. Verstehe ich nicht, verstehe ich nicht. Habt ihr das verstanden? Stocki Bot schreibt. Reality Ultimate Mojo OS 13 42, Kammer 1861. Ah, jetzt ist da so ein Zeug dran. Jetzt gehe ich... Stocki Bot schreibt. Spider ALC Ultimate Mojo OS 22 08, Kammer 1639. Ha, hat geklappt. Sieht cool aus. Okay, jetzt kann ich da auch Feuer an meine Peitsche machen. Stocki VR schreibt. Oha, Halletti mehr Karma als Spider. Na, jetzt geht's aber los. Reality schreibt. Super Nessie weiter so kurz zu werfen, das Miley. Spider ALC schreibt. Stocki VR schreibt. Spider schreibt, ich bin eine... Pussi! Wer ist eine, du Schatz? Spider ALC schreibt. Ah, jetzt bin ich hier drüben. Schweine rüssel, Schweine gesicht, Schweine rüssel, Schweine gesicht, Schweine rüssel, Schweine gesicht, Schweine rüssel, Schweine gesicht, Schweine rüssel, Schweine gesicht. Und jetzt kann ich mit der Peitsche dann diese Dinger da drüben anzünden. Vermute ich mal. Zünden. Vermute ich mal. Zünden. Vermute ich mal. Bitte? Ja, wir machen gleich Feierabend. Ich gehe jetzt hier noch einmal zurück und dann... Gibt's Essen. Oakney VR schreibt. Am Ende des Streams kriegt Nessie ihren Schinkernkäse-Totelini-Stocki hast du schon gekocht. Irres Gesicht. Mann, geh kaputt. Stocki VR schreibt. Nee, keine Zeit muss hier alles im Auge behalten, Smiley mit herausgestreckter Zunge. Warum... Ich will hier dann wieder runter. Oh, sag mir doch, dass hier die Viecher sind. Verdammt, nochmal. Geh weg! Und hier noch mehr? Pssst! Geht. Hier ist nix. Wah! Geht doch mal weg! Geht doch mal weg! Puh! Haben's gleich geschafft! Leni schreibt. Nessie schwingt die Peitsche, ist richtig heiß hier, da brennt ja alles Loch in der Smiley. Oh nein, falsch! Verdammt. Ja, soll sie auch. Geht doch mal weg! Okni VR schreibt Nessie is on fire. Ich bin on fire? So, ich würd sagen, Feierabend. Ne? Wo bin ich denn? Hier bin ich. Also Leute, vielen Dank für die 20 Däumenschielen. Habt ihr Supi gemacht. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, der Stream hat euch gefallen. Und das Spiel auch. Aber ich glaub schon. Hä? Ab heute erhältlich? Genau. Schreibt. N8TE zusammen. Spider ALC. Schreibt. Kostet irgendwie schon 15 Euro. Ja. Das war's. Ich schwing noch mal hier meine Feuerpeitsche. Geht jetzt alle zum Buddy rüber. Wir werden jetzt was futtern. Und dann werde ich Stocki noch ein bisschen auspeitschen. Hahahaha. Juhu. Juhu. Also Leute. Vielen, vielen Dank für die Däumchen, dass ihr vorbeigeschaut habt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss! Tschüss! My feet, they sing, they sing, they sing, could it all be just insanity? But when you're with me, it's virtually reality, virtually reality. Driving faster, almost free, the coast of the path towards the sea, hours fade, sun moves low, evening breeze, the sunset glow. This scene, this dream, could it all be just insanity? But when you're with me, it's virtually reality, virtually reality. Stop the way now as the waves crash down, lose your thoughts in the wall of sound. Stop the way now as the waves crash down, lose your thoughts in the wall of sound. Stop the way now as the waves crash down, lose your thoughts in the wall of sound. Bis zum nächsten Mal.